hallo meine lieben wie versprochen jetzt der dritte teil vom westfalenpark da ist auch noch mal der japanische garten drin um den kreis zu schließen zu den ersten beiden teilen ich hoffe dass der gang durch den westfalenpark macht euch spaß also für mich hat sich der besuch des westfalenparks absolut gelohnt und ich denke mal das macht riesen spaß da zu sein man kriegt unheimlich viel zu sehen ich werde jetzt noch meine tonspurt unterlegen meine stimme aus dem off hinzufügen dann wird gerendert und dann geht es online und damit starte ich jetzt auch gleich und ich hoffe es macht euch spaß bis später und 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 Musik Musik So meine Lieben, jetzt ist die Tonspur fertig, es ist fertig geschnitten, es ist fürs Online vorbereitet und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und wenn ihr noch mehr sehen wollt von mir, dann abonniert den Kanal und wie sagt der Armee so schön, hit the bell, weil dann kriegt ihr immer mit, wenn was Neues von mir kommt. Bis dahin bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, bleibt gesund und wir sehen uns.